Ja, es hat auch viel Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Falls ihr mich also nochmal fragen solltet, werde ich nicht Nein sagen. Cool. Ah, ich muss los. Bis später. Alles klar, Matteo. Jungs, jetzt mal im Ernst. Einer wie Matteo hat der Band gefehlt. Er würde uns frischen Wind bringen. War er der fehlende Teil? Oder ist er der fehlende Teil? Leute, denkt ihr das gleiche wie ich? Das klingt jetzt verrückt, aber fragen wir Matteo, ob er bei uns einsteigen will? Ah, Juliana, hier sind sie. Ähm, ich wollte Sie sprechen, weil mir eingefallen ist, wie man dem Roller-Team helfen kann, aber dafür brauchen wir unbedingt Sie. Langsam, ich schließe nur schnell ab. Okay. Währenddessen holst du Luft. Ja, okay. So, jetzt. Sag, wie kann ich dir helfen? Ich wollte fragen, ob Sie bereit wären, mit uns für ein Video zu trainieren. Klar, Luna, selbstverständlich. Du kannst doch nicht sehen. Vielen Dank, Juliana. Okay, dann müssen wir gleich zu den anderen und Ihnen die gute Nachricht überbringen, dass Sie uns helfen. Aber erst muss ich Sie um einen großen Gefallen bitten. Ich sag dir doch, Emilia... Das Ganze liegt strenger Geheimhaltung. Niemand darf davon erfahren. Wirklich niemand, okay? Gehen wir. Was hat Luna da für geheime Pläne? Keine Ahnung. Aber wenn sie glaubt, dass wir sie ungehindert alles machen lassen, hat sie sich geschnitten. Denkst du das Gleiche wie ich? Wir finden heraus, was sie planen und boykottieren sie. So ist es. Und ich weiß auch schon, wen ich dafür einspanne. Wen denn? Simon. Simon? Und wie willst du ihn zum Reden bringen? Er hat offensichtlich Gefühle für mich. Und diese kleine Schwäche werde ich nutzen, um Luna und ihr Team endgültig bloßzustellen. Ach, Delphi!